ja hallo liebe leute hier ist der moment boom ja wir können jetzt bitte viel kampagne spielen mein gott warum spielst du nicht multiplayer ja liegt daran weil ich jetzt durch dieses vpn wer es vielleicht kennt über einem amerikanischen server jetzt schon spielen kann dann ist es heute ein 20 und ich dachte mir verschöpft den kleinen vorteil tusten paar waffen von der kampagne freischalten benutzt diese waffen dann zur multiplayer action dann am 30 jahr wir spielen logischerweise auf schwer hallo etwas ist das für eine frage und um coole sache ist kein spät für schon zocken keine geile sache hier die m wie gesagt ich werde dann stück für stück dieses diese solokampagne hochladen parallel zum multiplayer und sowas und wer weiter sehen wie das dann alles laufen wird also wie gesagt eine folge singleplayer eine folge multiplayer könnte sagen was davon haltet das so ist ansonsten ja und so eine gute bin ich war noch ein naderbildschirm das dauert ein bisschen anscheinend denke ich mal eine schrift ist auch nicht zu lesen also anscheinend sollen sich die 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 haupte war den penis aus dem und nehmen sollen sich die Zuschauer ein wenig langweilen nee Spaß ein schönes Bild sehen wir hier ein Baum der aus dem Schutt wächst oder eher ein Busch ich würde eher sagen es ist ein Busch ja ein Busch der aus dem Schutt wächst naja so Ladebildschirm ja es ist ja schließlich ne Battlefield 4 und mein Rechner und da ist es mit diesen mit diesen Laden ziemlich normal ne und ja warum lebt das so lange also ich will socken so ich vielleicht werde ich das ganze jetzt gleich mal pausieren und dann starten wenn das Spiel startet weil es lädt und lädt und lädt gut dann sehen wir uns wenn das Spiel startet ne bis gleich so es geht los das bin ich mal wenn es wirklich da ist auf den deutsche Synchro gespannt ich sollte mal den Sound nachher lauter machen es ist ein bisschen leise geraten scheiße ähm ja ich mach mal kurz den Sound ein bisschen lauter der ist wirklich ein bisschen leise geraten mach auch mal auf 50% mach auch mal auf 60 so ja gut machen noch ein bisschen lauter hier sind so leise audio wird dir los so high-five surround machen wir mal 70% machen wir mal 70% wir sind weiter schachs ich höre wie hol dich da raus dann hörst du niemand die Türen klemmen fest scheiße war es nicht alles anders als geplant Irish Decker nimm eine Waffe was soll ich jetzt hier was soll ich jetzt hier was soll ich jetzt hier damit der Wolf überleben kann muss er sich das eigene Bein abbeißen Schieß! Nein, tust nicht! Los, Wacker! Zerschieß das Fenster! Das ist ein Befehl! Lass die Scheiße sein, Wacker! Rettet euch! Raus hier! Raus hier! Das ist doch Bullshit, Mann! Hörst du mich? Ich schieß mal jetzt! Mein Gott! 14 Minuten zuvor. Wir befinden uns in einem Untergrund. Keiner ist jetzt... Keiner ist jetzt... Keine Analyseation. Magazin-Check. Ist alles da. Okay. Es geht gleich weiter. Ich muss mal kurz was gucken. So, weiter geht's. Ich muss kurz gucken, ob mein Mikrofon laut genug ist. Laser? Okay, Laser haben wir auch. Ah, Wassereffekte. Yay! Okay, okay. Oh! Oh! Äh, nochmal kurz Pause. So, jetzt sind wir da. Weil ich hatte nämlich gerade eine Meinung bekommen, dass bei VPN meine Verbindung getrennt wurde. Und trotzdem kann ich noch spielen. Ich bin gespannt, wie lange das so anhält. Ich hoffe mal nicht lange. So. Ich klicke, wir müssen jetzt hier so lang. Okay. Sehr geil. Okay. Lol. Lol. Das war so, ey. Tz 805 freischalten. So. Entweder wir sind jetzt drüber springen oder wir müssen... Ich mach mal hier auf. Hallo? Hallo? Hey, das ist duster, aber das sieht saugeil aus. Ha! Hier ist der Baum. Von dem... Ähm, wisst schon was? Wiss schon wie? Von dem Titelbildschirm. So. Es ruckelt mal ab und zu ein bisschen, weil meine... Äh, die Frames, die gehen manchmal ein bisschen kaputt. So. Hier muss ich lang. Ich geh aber trotzdem hier lang, weil ich finde ich... So. Trolle. So. Ich geh mal auf her. Hä! Täubchen! What the fuck! durch hat mein mann die ente ja schon hell draußen müssen zum abholpunkt weiß einer bohrer ich es darf selber bei dir ich spreche die funkstelle von drei hier tun zwar und actual wo bist du schutzkopf komm aus richtung norden so waffenkiste öffnen ja ich weiß bescheid so ich will ja auch in denen auch keine deswegen haben wir jetzt die nein kein scharfschützen auf keinen fall nicht die mk11 bin ich absolut kein fan von kann man hier irgendwie die 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 kann man nicht okay nein wir nehmen würde ich gar weiter hin laden immer nach und vor wo das haben wir auch den nummer 1 in das ma okay ja hunde von kot von call of duty Die Ghost, schieh dir ab, kill sie. Na komm. So. Ja, da hinten seh ich's. Lade nach. Danke. Ich bin ja auch ein Meisterschützer hier. Jupp. Los jetzt, komm hoch. Komm hoch. Digga. Hä? Wie bist du hier hochgekommen? Du Cheater. Los, 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 los. Lass dir Zeit. Fortress, hier ist Tombstone Actual. Haben das Paket geholt und in ein Wespenes gestochen. Wir geben uns zur Abholung. Verstanden, Tombstone. Der Heli kommt. Bringt das Squad in Position. Over. Da unten. Hat sie schon. Cool. Okay. Im Atelier. Sie haben uns nicht bemerkt. Schalten wir zusammen aus. Okay. Markier sie und gib das Zeichen. Okay. Okay. Mann, aber ich ein geiles Aiming hier. Und die Waffen für mich? AK-12. Nehm mich der Mann hier. Vorsicht, wir sind in den Nebensräumen. Komm schon. Ach, sie klar ist. Hab'n. So. Der hat auch ne AK-12. Hep. Okay, weiter. Wow. So, mein Messer. Zack. Messer in das Brustdingens da rein. So. AK-12. Okay, okay. Okay. AK-12 und noch ne AK-12. Gibt's. Eigentlich will ich ja immer mit ne Pionierwaffe haben. Ah, Skate-Shit-Lager. Okay, okay. C4 Sprengstoffe oder HE? Ja, C4. Was denkst du? Alle Mann okay? Obwohl. Hier, der war doch wohl eher besser. Das ist unser Fluchtweg. Wrecker, ist da Sprengstoff in der Kiste? Ja. Okay, mach mal Krach. Geht alle in Deckung? Deckung! Like a boss. Weiter geht. Toomstone Action. Hier ist Firebird 2.1. Wir sind unter Weg. Ah, das ist die Skow, okay. Ah, ich hab's hier den Waffen dabei. Gut. Das wissen. So, und jetzt? Halt los. Hast du dich umgesehen, Wreck? Das Gebäude. Ich sehe ja ne Gebäude. Cool. Cool, halten für taktische Dosier. Okay. Das Lichtgerät ist echt hilfreich. Okay. Achso, die. Okay. Ja, viel. Ja. Und jetzt? Ja, ich weiß. Da wurden Waffen. Ja. Los, los, los. Jawohl. Go, go, go. Alles nirgends schon. Ja. Achso. Ja, ja. Bin schon klar. Multikill. So, das ist down. Das war doch so ne Waffenkiste, so ne komische, wa? Alles nirgends. Wartet mal, kostet mich. Bitte, wartet. Ne, das ist die Waffenkiste von uns, okay. Halt, schlägt dich. Warte jetzt. Go, go. Lauf, go. Zum Helikopter. Okay. Geht klar. Ja, Mensch, weißt du, ich bin nicht doof. Geht ihn. Geht ihn. Go, go, go. Will LKW fahren. Nein, Spaß. Wo ist denn der hier? Wo soll irgendwer noch sein? So. Wir schießen ja noch. So, Attacke, los. Mach. Da, 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 da. Los, 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 los. So, check. Sauber. Auf geht's. Stürmt die Bude hier. So, haben wir irgendeine neue Waffe? Naja. Doch, die hier. Ist das eine Fähne? Nehmen wir mal die hier. Was ist jetzt los? Achso. Geil. Wow, da sind so viele. Gib ihn. Boah, boom. Alter, das ist mein Style. Meine Frist, war das geil. Alter. So, und du? Warte geht's. Jungs. Auf geht's. Halt aber still jetzt hier. Mensch, Junge. So. Ins Gesicht. Oh oh. Puh, Granate. Nein. Autsch. Granate. Die pisten mich gerade ganz schön hier. UTS, das müsste so eine Schupferinde sein. Alles klar, ich kann losgehen. So, haben wir das. Okay, und jetzt? Wollang? Jungs. Was? Ah. So. Krieg mir eliminiert. Wollang? Achta. So. Nicht alle auf einmal, bitte. So, go, go, go. Hepp. Los, sprintet. Was ist das hier? Achso. Geht schon okay. Dann nehmen wir jetzt, äh, statt die, nehmen wir jetzt, ähm, die Schottie. Wo ist er? Hier. Boah, kabum. Obergeil hier, ey. Was ist denn das? Oder nur? Feuer. Ich bin gerade befordert ein bisschen hier. Oh, ein Laster. Oh, ein Laster. Oh, ein Laster. Oh, ein Laster. Oh, ein Wasser. Oh, ein Laster. los ja gut gut sind zu viele aber verdammt ich bin gestorben nein ja ich habe noch nie versagt eigentlich in der kampagne bis jetzt aber wenn ich für drei nicht das erste mal ich in der kampagne versagen scheiße so noch mal neu okay so klar auswählen die so vorigen Okay, von Deckung zu Deckung So, check Wo? So, Multi-Kill Gezog Ab in der Deckung, 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 Deckung SVD, nice Das ist mein Lieblingssniver So Da hinten sind sie Von Deckung zu Deckung, Jungs So, go, go, go Rück weiter vor Weiter vorrücken Muldeke, wow Gut, Dilla Das ist voll knapp So, los jetzt unser Struck hier Schießt So, Granade fliegt Tot Ja, Jungs Das ist sauber, los Au Wow Wow Fuck Du Wichser Was ist er denn Oh, Alter Bleib mit, was los Pass ein bisschen auf Wo du hinläufst, ey Okay Jungs, sie sind da Man, ist das geil, ey Das schaut echt Hammer aus, ey Zieht euch das rein Wunderschön So So Ist aber schön, trotzdem Finde ich hier Genau Das ist der beste Weg nach oben Ja Richtig Heiß, Klappe zu, Auge, tot Google Schön Was Oh, scheiße Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck The fuck Wow Lauft Lauft Lop Was Wie kann denn das passieren, bitte Ähm, find ich das ziemlich kacke von euch Das kann eigentlich gar nicht sein Also das ist total unrealistisch gerade Konnt ich denn jetzt sterben Ne, eigentlich ist ein Helikopter OP hier in dem Gebiet Los, 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 los Wow Jungs Ja, frage ich mich auch gerade, was ich mache Go, go, go Los, 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 los Ich komme Lop Ja, da, 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 da Ja, nee, ist klar Auf Ja Auf Da Ja Da Äh Whee Chirolimo Ne, doch nicht Scheiße, bin getroffen Ich bin getroffen Bin getroffen Ich muss dauern Okay, das ist dieser Moment, wo es unrealistisch wird Weil rein theoretisch kann das nicht sein, dass der Fels, äh, dass ich diesen Schlag überlebt habe, aber Naja, gut Hallo Ja Mir geht's gut Was ist mit Hawkins und dem Rest der Crew? Das hat keiner überlegt Und dann von dem Brack weg Geht nicht Er steckt fest Versuch's Ich hol so langen Mecker raus Ah, mein Bein Oh Mann Oh Mann Du schaffst, du bist ein reichend auswähliger Best der Wurz Das wird's für's Dein Ich hab's von die Worte hier raus Ja, treib's doch Ja, ich weiß, ich weiß Dein Bein sieht aus wie eine geplastete Wurst Raus da, sofort raus da Hör mal Bitte, bitte, ich helfe Ihnen Nein, nein, nein Nein, Sie müssen hier verschwinden Es ist gefährlich Bitte, bitte Echt mal Echt? Na los Der Knochen ist durch Mich halt nur noch fleischend Uniform hier fest Ach, aua Tu es, schnall es ab Okay, einmal Zähne zusammenbeißen Wir müssen los Ist der tot? Nein, Mann, nur ohnmächtig Du bist doch, Sandi Gerade du bist das doch nicht Das hat uns drei Stunden kurz Loll Loll So, wir haben das Auto jetzt hier Das hört schon wieder, dann Alles wird wieder gut Wir holen dich hier raus Darf ich einsteigen? Jetzt? Ja, dann kommt wieder auf Oh, ich kann durch die Tür laufen Ja, okay, so Ja, okay, so Jo Ich bin ein sehr guter Fahrer Keine Ahnung Mein, ich geb doch schon Vollgas Boah, lol Wie denn? Ich sehe ja gar nichts Oh mein Gott Ich glaube, er wieder geleckt hat Ich kipp doch schon Stopp Hm Lol Lass die Schweine brennen Jau Hit Ja 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 Nein Es gibt Aufstände auf den Straßen von Shanghai können. Die Russen mischen sich rein. Wir mussten es mit Sicherheit wissen. Schlimm genug, dass wir Suis abgeben müssen. Eine falsche Bewegung. Es gibt Krieg. Sie haben ihre Befehle. Wir fahren zur chinesischen Ostküste. Ja, chans wird Euro-Avid-Boom.